Gute Sandstrahlarbeit zeichnet sich durch schonende Materialbehandlung, saubere Flächen und eine gleichmäßige Oberflächenstruktur aus. Mit modernster Strahltechnik führt die SLMOG hochwertige Reinigungsarbeiten sowie die gezielte Oberflächenvorbereitung für Industrie, Handwerk und Privatkunden aus. Wir lackieren alle Blech- und Stahlteile im Bereich Industrielackierung und bieten die Möglichkeit des Hochglanzpolierens von Metallteilen. Kontaktieren Sie uns für mehr Informationen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017